da sind wir beim schlusssatz von diesem schönen buch schlecht wetter prognose depression depression ist keine modeerscheinung auch alles andere als cool und nicht selten tödlich sich hilfe zu holen bedeutet nicht schwach sondern stark sein ein heilung wird so und nur so möglich ja also ich hoffe es rüttelt aber menschen auf ich hoffe es reicht der menschen die die hilfe brauchen und sich so suchen und ich hoffe dass es menschen wach macht wahrzunehmen achtsam zu sein im umfeld ich bin dankbar um jeden der solchen menschen zur seite steht und und ihnen nicht fallen lässt genauso wie dankbar bin um jeden der in der psychotherapie und als psychiater im krankenhaus solchen menschen hilft und für sie da ist und nie müde wird daran ganz besonderer dank diesen menschen weil die brauchen auch viel kraft so und jetzt im nächsten video erzähle ich wie gesagt noch dies um was es geht mit meiner lektorin was sie gesagt hat als sie mein buch lektoriert hat ich finde es ist auch noch erwähnenswert also bis zum nächsten video